Guten Morgen zu dieser etwas ungewöhnlichen Folge Minecraft Together Oh, da ging aber schnell draus. Minecraft Together Ja, äh, Haus, äh, neu bauen, ähm, made in progress. Ihr seht, ich habe schon mal angefangen zum Abreißen. Ähm, ja, läuft eigentlich soweit ganz gut, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt weiß ich wenigstens auch, wie manche Leute darauf kommen oder jetzt wissen, wie es unten im Keller schon ausschaut. Ähm, ja, gestern, soweit ich weiß, war hier irgendeine Veranstaltung. Da konnte jeder irgendwie machen, oder ist es immer noch so? Hat da einfach jeder, jeder alle Rechte, oder? Genau. Jeder hat Rechte überall. Ähm, naja, ähm, ist jetzt nicht so meins. Also, ja, ich finde es ein bisschen, naja, merkwürdig. Wie auch immer man das jetzt hier so genau nennen möchte. Ich frage mich gerade mal die Küsten von den anderen, ob die noch gelockt sind, oder? Oder ob die jetzt auch offen sind. Aber es wird ja sowieso ein Backup geladen. Ja, alles ist entsperrt. Und, ja, äh, ein paar Leute hatten wohl Freude daran, in meinem Haus ein bisschen, naja, neue Dekorationen zu geben, oder... Ja, ja, auf jeden Fall ein bisschen zum Umbauen. Und natürlich sind sie jetzt auch hier ganz bequem reingekommen. Und hier sieht's aus, ja, ist ja Wahnsinn hier. So was nennt man Respekt vor anderen Leuten. Na, 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 na. Ist PVP eigentlich noch an? Dann kill ich gleich mal den einen Kerl da unten. Speed Potion reinhauen. So, ist PVP noch an? Du bist sowas von tot. Also möchte ich doch wenigstens wieder hoffen. Oh, jetzt haut er ab. Komm her. Du bist tot. Ich will dich sterben sehen. Meinem Grundstück. Alter, der ist auch ganz schön gut. Yes! Haha! Yeah! So. Jetzt haben wir wenigstens mal einen Bärs Erker, der sie hier bei meinen Sachen... Protection Dry. Feather Falling. Er hat eine bessere Rüstung. Ja, auf jeden Fall, äh, ich glaub durchaus, dass das, äh, da letztens ziemlich viel Spaß gemacht hat. Jetzt müssen wir irgendwie das, das Zeug eigentlich verbrennen, oder? Hab ich irgendwo ein Feuerzeug? Ich weiß es gar nicht. Ah, ja. Ja, das kommt hier davon. Power 1 Bogen, ja genau. Das Instant Damage Potions sind alle weg. Hier steht aber noch alles. Das, das freut mich. Hier haben sie nicht mal, nicht mal rumgerackert. Instant Damage 2. Schau mal, ob mir noch ein paar Dingsons geblieben sind. Gunpowder, ja. Die haben sie mir noch gelassen. Stirb! Ja, ja. Nix da. Leben ist nicht mehr. Leben war gestern. Das, was ich weiß, ist morgen, oder wird morgen das Backup geladen. Sicher weiß ich es jetzt aber nicht. Ich hab mal die ganzen Scheiße da mal weg. Brauch ich nicht, brauche 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 ich nicht. Power 1 Bogen weg. So, Instant Damage, Instant Damage, Pfeile hier, Instant Health, Strange, hab ich noch, Speed hab ich noch. Gut, so schlecht schaut's schon gar nicht mehr aus. Kommt er schon wieder? Zwei Schläge, dann ist der Kerl hin, das ist Wahnsinn. Ja. Das war seine Chance, in mein Hoherz einzubrechen. Ja, das war ja auch deine einzige Chance. Ja, ich weiß nicht, äh, was ich jetzt hier in dieser Folge groß machen soll. Ich brauch blöderweise die Folge, also eigentlich wollte ich hier eine Folge machen. Aber, uh, leck mich doch am Arsch. Aber sie haben die Diamanten drin gelassen. Ähm, ja, weil ich wollte ja eigentlich eine Folge wegen, ja, für euch eben. Aber, die kann ich wohl mir dieses Mal erst mal, äh, naja, muss ich mir vorerst mal zurückhalten. Das heißt, für euch gibt's dieses Mal eher nur so'n, ja, wie er's eben gerade hat. Wot, dum, bum, bum, was war denn das? Nein, das waren diese schwulen Her, Her, Bins. Boah. Ja, leck mich am Arsch. Was auch immer das war, es war komisch. Aber das hatte ich vorher auch schon. Wo war ich da draußen? Hey, die Türen gehen nicht mehr. Hey, es sind sogar Monsters an, okay. Hey, what the fuck, es leckt. Es leckt, derbe. Oh, oh, ja. Okay, es leckt ziemlich. Ja, mein Haus gefällt mir eigentlich jetzt schon so auch ganz gut. So hab ich's mir auch ungefähr vorgestellt gehabt. Haben sie eigentlich meine, meine enchanteten Sachen oben? Was ist damit? Oh, das haben sie noch alles da gelassen. Ist ja cool. Looting 3 Schwert, Sharpness 4. Was hab ich hier für eins? Sharpness 2, das ist nicht mehr so gut. Was ist besser, Smite 4 oder Sharpness? Ich weiß es nicht. Können wir ja mal ausprobieren, hä? Was bauen wir? Strange haben wir momentan noch gut dabei. Gut, dann gehen wir mal kurz zum Spawn. Spawn, hab ich gesagt. Momentan ist ja, glaube ich, sowieso alles erlaubt. Sprich, wir probieren mal kurz das eine Schwert aus. Stirb. Ah, hier ist PvP aus? Ach, Mensch. Oh mein, Schwert ist weg. Hm. Was will der Altmetall von mir holen? Ja. Alter, sieht das... Wow. Spawn wieder irgendwas. Auf jeden Fall ein cooles Event. Genau. Hey. Wie geht denn das? Hm, weiß ich nicht. Ähm, ja. So, auf jeden Fall sieht's hier aus momentan. Schauen wir mal nach Home 2. Ob's das eigentlich... Oh. Oh, das lebt noch. Wahrscheinlich, weil jetzt keiner weiß, wo's ist. Schauen wir doch mal bei Home Bad. Nein, es ist auch kaputt. Ich weiß nicht, wie ich zum Messer komme. Äh. Und wehe, die ganzen Sachen werden dann wieder gelöscht. So, scheiße. Also, die... Die Beds. Die Betten. Ja. Ich denke, das war's für heute. Ähm, mehr gibt's nicht zu sehen. Bisschen mitgepackt noch. Und ja, mit diesem Anblick verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann bei hoffentlich einer neuen und richtigen Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Servus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020